Guten Tag, liebe Ratten und Würmer! Willkommen, liebe Avatarinnen und Amatare, liebe Mitmenschen! Ich begrüße euch alle recht herzlich bei Malab. Bücher, Lesen, Aktion. Also B, Bücher, L, Lesen und A, Aktion. Was aber ist nun eigentlich bla? Vielleicht so etwas? Also, das ist doch bestimmt jetzt wieder so ein langweiliges Gelaber von einem mächtigeren Autor, der nur seine Bücher verscheuern will. Korrekt? Ja, nein. Also, das einzige, was ich am Kapitalismus liebe, ist seine Rechenbarkeit. Ansonsten würde ich sagen, er ist schlicht und einfach. Und darum gibt es auch die meisten meiner Bücher als kostenloses PDF. Und ihr findet die Links in der Griffinfo und so weiter. Nun, aber viel Vergnügen mit dieser Ausgabe von Avatar. Achtung, nachher kommt noch ein Gewinnspiel. Bleibt also bitte unbedingt am Monitor. Gewinnspiel. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Vielen Dank.